Ja Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angespielt, heute von der App Mercurial Story und wie man hier sieht, gibt es das bereits auch schon auf Steam Greenlight Da noch nicht gesehen, das ist halt eine App und das Ding hat anschauen auch schon ein paar Level Und zwar sehe ich hier 18 Level, wovon 4 unten irgendeine Piddle auf der Einkaufstüte haben Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und lassen uns überraschen, was die App so bietet Ah ja Da, die Pillen müssen wir einsammeln Mit unten rechts, also da ist jetzt, achso, wir können, glaube ich, ja genau, wir können irgendwo hin tippen Das ist egal, hauptsache man benutzt die Arrows da, so rechts, links Und egal, wo wir hin tippen, wir jumpen Ja, es ist glücklich darüber, Doppeljumpen zu können Aha Press Reset to restart, okay Dann resetten wir mal Verstehe ich nicht Wahrscheinlich müssen wir Ah ja Okay, man muss auf die Stacheln aufpassen, seht ihr die Stacheln? Okay, da ist er so, ach Gott, oh Gott So, manchmal, ich bin, was, ich bin immer angepisst anscheinend, äh, wir müssen echt auf die Stacheln aufpassen, weil die scheinen gefährlich zu sein Und wir müssen immer diese, 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 diese Pillen einsammeln, ich weiß nicht, wofür die sind Achso, krass, das heißt, ein Ober-, Ober- und Unterirdisch kann man hier kämpfen Äh, da komme ich dann nicht rüber So, ich glaube, ich habe schon verkackt Ne, dauern uns ganz So, ja, war doch einfach, oder? Okay, so einfach Ja, das ist sehr cool, das ist auf jeden Fall sehr cool, das ist immer noch das allererste Äh, Pillen bringen mich runter, aber sie sind unerreichbar Tatsache, scheiße Hm Verdammt, ist das wirklich unerreichbar Hm, okay Die Pille muss ich irgendwie hinkriegen, muss ich irgendwie kriegen So geht's aber nicht Na gut Oh oh Okay, ich komme, glaube ich, nicht mehr weiter Oder? Ne, komme ich nicht mehr hoch Dann müsste man den Double Jump haben Gut, dann, dann, äh, restarten wir noch einmal Aber die sind unerreichbar Ja, das ist natürlich doof, ne? Dass die Dinger unerreichbar sind Aber so ist das halt Kommt zumindest an die Pille jetzt noch nicht ran, wer weiß, ob er später da noch ran kommt Äh Probleme kommen, wenn ich, wenn ich Leute treffen muss, what? Oh, da ist die Pille Oh oh Ich bin doch gegen die Stachel Ups Und gegen die, gegen die Wand bin ich jetzt gehauen hier Oh oh Ich darf, glaube ich, nicht zweimal Ich darf, glaube ich, nicht zweimal Doch, theoretisch muss ich aber zweimal dampen Aber wahrscheinlich von hier unten Der hat mir nicht allzu weit hochkommen Der hat mir nicht allzu weit hochkommt Oh, das ist ja krass Da muss man wirklich taktisch vorgehen Trotzdem weiß ich nicht, wie man in die Pille da unten ran kommt Vielleicht wird es uns ja später noch gesagt Zum Beispiel Manchmal liebe ich meine, meine Freundin Gertfried war, glaube ich, Freundin Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh ja, cool Ob ich da jeweils wieder langkomme Ich glaube nicht Naja, okay, ich musste restarten Ich musste, glaube ich, so hier double jumpen, damit ich hier in Ruhe komme Oh fuck Da war noch Stacheln gewesen Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen Die habe ich jetzt nicht gesehen So Ah, hi Ich liebe dich, Schatz Ja, super Super, super Und manchmal hasse ich sie wirklich Oh Gott, Stacheln Ich weiß noch nicht, wovon diese Story erzählt Oh Gott Aber naja Boah, das ist aber auch ätzend, oder? Okay, komm ich anscheinend doch hier so Einer bin ich so ein bisschen an das Spiel F.I.Z Ein bisschen anders noch, aber New Ups Da hab ich die Pille zumindest nochmal bekommen Ist doch schön Meine Güte, ey So, hi Okay Hups Fuck you stupid girl Okay Das arme Weib So, komm ich da irgendwie runter? Nee, komm ich da nicht Dann muss ich hier hoch Noch weiter hoch Hoch Erstmal nochmal die Pille mit Also komm ich da auch nicht rüber Ich glaube ich hab's schon von Anfang an verkackt, oder? Ne doch, wenn wir hier so rüber gehen Ah ja So, so Das ist ein cooles Spiel, aber ich weiß Ich weiß halt nicht, ist das immer noch das erste Hebel, oder sind das schon You're not my father Okay Na App stirb mir hier nicht weg Doch, jetzt geht's wieder, okay Guck mal was gerade war You're not my father Einfach weggekloppt den Typen Mhm Warte mal Ist ja grausam So Zack Ich glaub ich muss irgendwo wieder hoch, oder? Von vorne weiter oben jetzt springen wieder Auch nicht Ich glaub ich hab's verkackt, oder? Oh ja, ich hab's verkackt Das ist ja doof Oh, das ist ne Pille Oh, das ist ne Pille Nein So, wer ist das? Du bist die einzige Mutter Oh Das ist ja niedlich Die Muttermarke Okay, das war schöner gewesen Boah, das ist ja echt gemein, ey Wirklich Muss alle aktivieren, oha Oha Achso Hm, das war schon verkackt Man, man wird immer sozusagen vom Dings abgestoßen Ja, jetzt natürlich nicht mehr Ich komm wieder zur Pille nicht hoch Doch, da komm ich hoch Das war verkackt Das war verkackt Das war verkackt Die Pille krieg ich jetzt nicht mehr Ah, ich darf nur irgendwo anecken hier wieder Wenn ich zurückgehe Boah, Mann, 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 ey Ich geh immer so ein bisschen um voran Ja, der Eck hab ich schon wieder angeheckt Das kann ich schon wieder vergessen Ich hab schon wieder mega Speed verloren Äh, dummerweise So Und da geht's zur Pille Boah, das ist aber echt schwierig, ey Mann, Mann, Mann So, wir nochmal hier Fuck off, little ball of fuel Dann, ein Fellball Oh, ich hab direkt schon beim ersten Mal wieder verkackt Ist ja Wahnsinn, ey Du, du läufst und hast direkt verkackt Pille Das war's Da bin ich wieder angeeckt Hm, wow Boah, echt gefährlich, ey Muss ich schon sagen Aber das Game macht Laune Das macht wirklich Laune Okay, nochmal da Meine Familie wird immer auf meiner Seite sein Okay Jetzt auf einmal Und die Katze, hier ist die Katze, die wir gerade weggetreten haben Doch da Mein Gott, geht mir das auf den Sack ohne Scheiß Und das kann auch nicht sein Dreckiger verdammter R-Server Okay Ja, also R-Server hat es abgestützt, nachdem ich gesagt habe, dass es doof ist Also, das mag mich dann doch nicht so wirklich Ähm, komischerweise haben wir gerade Heroes of the Storm Werbung Warum auch immer Und wie nichts anderes war offen Nur, nur diese App hier Und dann aber kein Heroes of the Storm Werbung Egal Ihr seht, äh Wir haben fast bei allen Leveln Die, die, hier Die 6 muss man noch Das, das wo es fast unerreichbar schien Das kann sein, dass ich sowas rein hier muss Ne, zu kurz Auf jeden Fall muss man Achso Ich kann mir denken Wenn das von hier hinten geht Ja, ja, klar Von hier hinten Geht's richtig weit tief nach unten Na, die Pille, da haben wir sie Ist das nicht toll Da holen wir uns jetzt noch die restlichen Pillen Hier war auch noch die Pille gewesen Aber Da denke ich, muss ich von da hinten Na, warte, hier muss ich glaube ich runter Na, das war zu wenig Ich muss, glaube ich, doppelt drunter springen Ich muss, glaube ich, doppelt drunter springen Okay, wie mich hier rübergekommen Da oben rüber, weil da hinten rüber Okay Na, das war schlecht Reset Was? Nicht anecken, hier Du darfst wirklich nur um zu anecken Hey, wie bin ich denn da rübergekommen bisher? Ich verarschen, ey Was ist denn das denn? Das ist das scheiße Wenn man irgendwas sucht Und das machen will Dann geht es nicht mehr So von da oben muss ich runter springen Dann muss ich erst mal die Mechaniken erst mal begreifen Mit dem schwimmen So, da haben wir die Pille Wunderbar So Dann schauen wir mal, welches Level wir jetzt machen können Welches hier noch keine Pille hat Die 14 hat noch keine Pille Achso, das ist gerade crashed bei mir das Spiel Okay, verstehe Da ist es ja bei mir gecrasht Das Ende Wenn du dieses Spiel magst Und möchte es mit anderen Level spielen Okay Wir können die App noch bewerten, wenn wir möchten Aber anscheinend was ist es gewesen Was ich mal zum Hauptmenü zurück Zum Hauptmenü zurück Da muss man halt so machen Das war schon das ganze Spiel gewesen Aber ich hätte nie gedacht Ich hätte das ganze Spiel durchspiele Ist ja unglaublich So Ahja, okay Jetzt kommen wir zu 15 Da wir jetzt alle Pillen freigeschaltet haben Diese Box hat ihren eigenen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nicht so weit Nicht so schnell weg hier Eigentlich muss ich Da muss ich jumpen Bevor ich da runterkomme Aber irgendwie will er mich nicht lassen Hier, guck mal hier Achso, ja, guck hier Ja, jetzt wird langsam knapp Ich bin tot Ja, komm ich nicht drüber Scheiße, eh So kurz davor gewesen Na egal Ähm Ja, das waren zumindest die ersten 14 Level Die Man anscheinend wenn man sie durchspielt Schon das Ende hat Und dann gibt es dort noch vier weitere Level Und ja, wenn ihr euch gerne so So einen Englisch-Bird-Skin-Code Benutzen möchtet Da unten seht ihr rechts In der Kötter benutzen Das ist mir sowieso Völlig Latte Äh Könnt ihr gerne benutzen Wenn ihr mögt Der Erste der schneller ist Der hat ihn natürlich Und damit würde ich sagen Was ist es gewesen mit dem Angespielt zum Mercury-Story Sind da noch viele Level vor uns Aber die sind halt ein bisschen schwieriger Und dann Ja, wenn ihr spielen möchtet Ist ein kleines Minenspiel Selber gerne mal testen möchte Wieso die Mechanik funktioniert Vielleicht gibt es noch mehr Wer weiß Wenn man das alles abgeschlossen hat Ähm Dann Videobeschreibung sind Links zu dem Spiel Vielen Dank zu dir schon Und bis zur nächsten Folge von Angespielt Ciao Leute Und äh Und äh Und äh Der D D D D D